Und die Leute denken immer noch, je weniger man isst, desto schneller nimmt man ab. Und das ist völlig falsch. Denn wenn man ein zu hohes Kaloriendefizit fährt, sprich nur noch Gemüse, Salate oder nur noch einen Kaffee am Tag trinkt, dann denkt dein Körper mit der Zeit, dass er am Verhungern ist. Statt dass Fettreserven abgebaut werden, wird dein Körper alles dafür tun, um diese aufzubewahren. Du wirst stattdessen müder, antriebsloser und du wirst unproduktiv im Arbeitsalltag werden. Nutze stattdessen ein moderates Kaloriendefizit, denn gar nichts zu essen wird dir nicht dabei helfen, langfristig abzunehmen.